Ich guck doch mal im Wasser hoch Ach da ok Ach da ok Und Stahl fehlt Ja gut Stahl kommt immer mal wieder runter Kommt immer mal wieder runter Kommt Grudge wieder 18 Ja gut Ich bin sicher, dass es bereit ist Hmm. Ah, echt. Oh, ja. Wo war ich denn nun mit den Ziegel hin? Hier, wo ich die Fabrik aufbauen für Fenster. Okay. You gained an influence bonus. Warum ist der Aufstand weg? Keine Ahnung, ich hab nichts gemacht. Ach so, weil sie das Wirtshaus bekommen haben, wahrscheinlich sind sie lieber zum Saufen gegangen. Hm. Das würde ich auch tun. Hm. Weil die andere Fraktion ist ganz schön ruhig geworden hier. You created a monster! Was? Welche andere Fraktion? Ja, ihr beide. Machst du jetzt die Maschinen? Ich hab' dir schon zweimal gesagt. Ich hab' zwei Fabriken schon gesetzt. Was war überhaupt zu? Ab und zu. Weil die vielleicht noch nicht gesetzt, fertig wurden, sondern nur mit Blüten gesetzt wurden, potenziell. Oh, die wollte ich nicht abreißen. Oh, die wollte ich nicht abreißen. Wo brauchst du die denn? Sind denn die Maschinen da? Was fehlt denn da? Fenster. Warum fehlt's da Fenster? Weil die Fensterfabrik noch nicht gesetzt wurde, eine von den vier. Weil die auf Ziegel waren, seit fünf Wochen ungefähr. Deshalb hab' ich angefangen, eine andere Stadt aufzubauen. Macht Sinn. Und ist deine Stadt schon fertig? Noch nicht ganz. Wir sind hausend macht 800 Minus. Felix. Warum? Was macht 1800 Minus? Wir sind hausend. Das war schön. Find ich nicht. Habt ihr 10.000 Einwohner erreicht? Na ja. Das ist gar nicht so alt war, ne? Das ist gar nicht so alt war, ne? Der Christ nicht so alt war. Wir sind es literally ein Beneutzer der Ruhe. warum reicht der fische nicht aus reicht doch ja bevor wir weiter ausbauen können müssen wir mehr handwerker haben ja wie viele haben wir gehabt hier 300 was wir haben es ein paar mehr oder vielleicht aber auch nicht wirklich viel mehr alter opa hörte mal auf deine dinge hoch zu jagen da ist schon wieder was bei dir explodiert warum eigentlich immer nur bei dir was machst du falsch wir brauchen 150 arbeiter in biersenhausen felix das ist doch schön dann mach mal toll mach mal mach mal 150 holzer hochschicken oh felix baut hier sachen was brauchst du da oben da oben baue ich gleich paprika auf ok falls mit da oben da oben als wo ich denke dass oben ist da oben da oben da oben da oben da oben ja dann ja ok wann baust du das ding auf die nähmaschinenfabrik dann wenn mal fünf fenster produziert worden acht oder acht fenster vielleicht wir sind endlich weg von den kleinen kack schiffen da ok ihr habt das gleiche problem wie wir glaube ich naja da hauen sie ab ja war so eine blöde frage opa ne ja warum baust du eigentlich als erstes eine zweite glashütte auf um eine fenster verbrechen zu bauen du wirst es langsam mal wissen dass du zwei glashütten auf eine fände auf vier fenster fabriken baust ne das heißt eine auf zwei fenster fabriken ja wahrscheinlich weißt du das ja aber nicht ja weil du das stahl oder die ziegelsteine für was anderes ausgegeben hast bevor ich da unten was machen konnte ich hab da nicht mal was gebaut gehabt in den letzten 20 minuten so bis gerade eben jetzt wo ich da mal wieder runter gekommen bin auf meine insel wo du auf meiner gebaut hast schon wieder ja ich hab dir ja auch von meiner insel 40 ziegelsteine rüber gebracht ja ich hole mir gleich wieder weg ich hab das gefühl das erste was man immer auf diesen inseln aufbaut auf den neuen sind erstmal ziegelsteine ja holz und ziegelsteine definitiv und der schiff ist auch mal angekommen der schiff ist auch mal angekommen der schiff ist auch mal angekommen bzw. schiff ist auch mal angekommen ich bin warm nicht ich versuche wir flessend es Also jetzt haben wir über 10.000 Herzlichen Glückwunsch Vermutlich haben die in Wirklichkeit schon über 20.000 oder so weiter Ey Opa, die haben sich schon zweiten Anteil gekauft Nein, haben sie nicht, das sind zwei verschiedene Spiele Nee, guck doch mal das Ding da an Das hat zweimal Burkis von denen, zweimal Pink und einmal unser Grün Einmal unser Grün, einmal Ja, die Farben sind unterschiedlich, aber der Kopf ist gleich Ja, Pink ist halt die, die da vorher drin war Und die haben jetzt halt ihr zweites Ding da reingepflanzt Unsere lieben Tommy und Michi Ja, was sollen sie machen? Ja, rein da Ja, wir haben nicht so viel Geld Dann mach auf deiner Insel mehr Geld hier Ich bemühe mich Mein Insel macht schon 4000 plus Wiesenhausen 600 Minus Felix Gaming 86 plus Ich mach plus Ich mach plus 86 Wow, dafür macht man eine andere Stadt Ich geb auf, anfangen aufzubauen Boah, geht aber Das heißt, das was ich hier gebraucht habe, reicht nicht aus Warum nicht? Eine Bierfabrik, braucht eine Minute Eine Melzereifabrik, braucht 30 Sekunden Achso Das heißt, ich brauche hier theoretisch noch zwei Brauereien Und wahrscheinlich noch acht Hupfenzentagen Ist auch schön Aufstieg nicht möglich, was fehlt Was wohl Also wenn ich hier mal Bier ankommen würde, ne? Ja Machen die Handwerker mal eben plus 35 Münzen Das war schön Das wäre auf alle Fälle nicht schlecht König, die hier steuern 2300, ey Ich kotz ab Können wir den König nicht stürzen? Ja, auf jeden Fall echt eine Maßnahme Definitiv Das wäre so sechs Ja, das wäre so sechs Da brauchst du mich nicht fragen, ich hab keine Ahnung. Verkauft ihr schon Fleischkonserven? Nö. Warum nicht? Weil sie es vermutlich nicht nötig haben wie wir. Weil wir sie demnächst selber herstellen wollen. Ja, es ist ja richtig, dass ihr sie selber herstellen wollt. Das ist ja auch super. Aber? Ich will sie kaufen. Ach so. Damit wir sie nicht selber herstellen brauchen. Ich hab auch verstanden, dass du sagtest, wer kauft. Nein, verkauft. Oh, neue Milestone, Dorf. Hast du nichts besseres zu tun, als das zu stalken? Nö. Es ist ja so eine riesen Meldung über dem Bildschirm. Kann man gar nicht dran vorbeigucken. Felix, was machst du da? Versuche vor dem Schiff zu fliehen? Ja, indem du direkt reinfährst oder was? Das war ich nicht. Ich hab nicht reingeklickt. Ich auch nicht. Ich hab gar nicht geklickt. Ich hab nur das Schiff angeklickt bisher. Ja, jetzt kommen wir eh nicht mehr weg. Dann kommt das zweite. Das ist natürlich jetzt doof gelaufen. Von allen Dingen, dass schon einer prächtige Alb wurde zerstört. Diese Ratten, ey. Kein Holgens Schiff übrig? Nee. Ich baue gerade eins. Felix, guck mal auf unser Geld. Ja, und? Warte. Warte. Jetzt. Was hast du denn tolles gemacht? Da ist gerade Bier angekommen. Fünf Stück. Okay, das reicht von nur zwei Minuten, aber wenigstens mal kurzfristig mal ein bisschen Geld verdienen. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020